Sehr gelungene Weekend League, Leute, muss ich wirklich sagen. 13-0, unsere beste Weekend League, die wir bisher gespielt haben. Nach dem Patch, ich bin gut reingekommen. Taktik-Video kommt ja auch gleich dann. Also ich zeige euch die Taktik und das Taktik-Video kommt auf YouTube. Wirklich eine extrem gelungene Weekend League. Ich habe einige Sachen verändert, Kleinigkeiten, die jedoch irgendwie alles verändert haben. Und ein 13-0 hatten wir bisher noch nie und darauf bin ich auch stolz. Das macht Bock auf mehr. Aber jetzt um 2 Uhr morgens wollte ich einfach den 14. Win holen, damit das alles einmal durch ist. Alright. Dann machen wir jetzt mal die Rewards auf. Ich weiß nicht mal, warte mal, wer Kimmich ist dabei, oder? Abgesehen von Kimmich, wer ist noch dabei, der was wert sein könnte? Eh, Dinchenko, wahrscheinlich ziehe ich den in Rot. Also ich weiß gar nicht, ich glaube so viele sind es nicht. Aber gehen wir einfach mal rein und schauen mal, was wir aus den Rewards so ziehen. Wir machen Dunkelkammer. Machen auf. Ich schaue weg. Und jetzt machen wir auf. Let's go. Das ist der erste. Ledesma. 84er. Den habe ich tatsächlich auch schon in normalen Inform gezogen. Okay, Nummer 3. Nummer 4 meine ich jetzt. Oh, 86er Digne. High-rated, immerhin. Nehmen wir mit. Und Maximowitsch. Okay. 86er Digne. Stabilski. Und das ist der erste. Walker Peters. Nach Walker Peters. Der nächste one. Juan Uijiu wieder mal. Okay. Okay. Gut. Next one. Windheim. Den haben wir auch gezogen gehabt. Nummer 4. Ward. Yes, I want a reward. That's true. It's damn true. Und Nummer 5. Bisod. Uff. 81er High-rate. R3. Tada. Wieder Walker Peters. Gerade eben habe ich dich auserwählt. Jetzt kommst du mir wieder um die Ecke. Windheim. Schon wieder. Next one. Nugani 81er. Pajelje Eco. Heimo, Edine. Wo ist Edine? Juanma Garcia. Pa, Edine. Pajelio Sante. Ah. Wo ist Edine? Nix, Edine. Das? Emo, Essine. Wir gehen Anne. Und wir schauen uns jetzt hier das Jumbo-seltene Spielerset an. Was verbirgt sich hinter diesem Pack, meine Damen und Herren? Es ist ein Walkout, aber ein normaler Walkout. Es ist einfach die Maria im Leben des Himmels. Messi kann es ja nicht sein, weil er Toti hat. Junge, aber das ist wirklich... Von 24 Items habe ich 21 Duplikate. Okay. Na dann, machen wir noch das ultimative Pack auf. Und zwar nicht irgendwann, sondern in 3, 2, 1. Gemma. Gemma. Gemma, Gemma, Gemma. Ultimativ. Gemma, Gemma, Gemma. At. 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 Dafür spielt man Weekend League, Leute. Dafür spielt man Weekend League. Tja. Tja, dafür spielt man Weekend League, meine Damen und Herren. Ultimatives Pack. Das ist absolut ultimativ. Es ist wirklich Wahnsinn, wie ultimativ das ist.